Komm in die Bewegung und hoch in die sitzende Position und weiter in die Bauchlage. Wir starten gleich durch mit dem Leg Lift, mit der Gesäßmuskulatur. Dafür leg deine Hände vorne aufeinander und leg deine Stirn auf den Händen ab. Dann bringst du Füße, Beine aneinander. Versuchst oben locker zu lassen, beugst beide Beine, sodass die Fersen ungefähr in der Knielinie sind. Deine Knie sind ganz leicht geöffnet und die Füße im Flex, die Fersen aneinander geschlossen. Dann gehst du mit der Ausatmung, hebst du beide Knie sozusagen von der Matte weg, also du ziehst mit den Fersen zur Decke und mit der Einatmung senkst du wieder nach unten ab. Dabei möchtest du die ganze Zeit oben locker bleiben. Das heißt, deine Arme, deine Schultern, dein Hals und dein Nacken sollten entspannt sein. Und du möchtest tatsächlich über die Gesäßmuskulatur die Beine anheben. Schau auch, dass du den Winkel der Beine nicht veränderst. Also deine Fersen möchten auch ungefähr in der Knielinie bleiben. Und du hast das eh bei mir auch gesehen, man kann das selber sehr gut kontrollieren, indem man seitlich einfach zwischendurch mal runter schaut. Versuch, deine Körpermitte so fest anzuspannen, dass du auch noch zusätzlich dein Schambein in die Matte reindrückst, damit du nicht zu extrem in ein Hohlkreuz kommst, wenn du mit den Fersen nach oben ziehst, sondern dass du das wirklich gegenhalten kannst und nicht kippst. Es möchten auch deine Knie nicht weiter nach außen gehen. Das macht man ganz gern, weil es dann nicht so anstrengend ist. Und wir wollen ja bei der Gesäßmuskulatur bleiben, und zwar beim großen Gesäßmuskel. Und deshalb versuch auch wirklich mit den Knien vielleicht nur so eine Faustbreite geöffnet zu bleiben und ausatmen, nach oben ziehen, einatmen, absenken, unten aber die Grundspannung halten und der Oberkörper möchte entlastet sein. Und du denkst dich mit deinen Fersen nach oben zur Decke. Und gerade wenn dann deine Beine zum Beispiel mal in der Luft sind, könntest du versuchen, deine Schultern so ein bisschen durchzuschütteln. Und wenn du merkst, da ist viel zu viel Spannung und da gibt es nichts durchzuschütteln, dann weißt du, dass du vielleicht eine Spur zu hoch gehst. Also das ist immer so der Anhaltspunkt bei den Leg Lifts. Wenn man oben in die Spannung reinkommt, dann ist man meistens mit den Beinen einfach zu hoch. Dann machst du am besten einfach eine kleinere Bewegung und dadurch kannst du wieder viel besser isoliert bei deiner Gesäßmuskulatur bleiben. Ausatmen, nach oben schieben, einatmen, absenken. Und auch zwischendurch einfach mal entlasten, die Hüfte lockern, um dann noch einmal in die Übung zu gehen. Wieder in die Ausgangsposition, Knie sollten nicht zu weit nach außen drängen. Und du schiebst wieder mit der Ausatmung deine Fersen Richtung Decke. Und nicht wundern, die Bewegung ist einfach auch wirklich nicht groß. Also man hat ja auch sogar das Gefühl, man kommt fast nicht von der Matte weg. Aber die Gesäßmuskulatur muss trotzdem arbeiten. Und genau das wollen wir erreichen. Ausatmen, anheben, einatmen, absenken. Und oben ganz bewusst locker lassen. Und dann entlasten und meine Chinten auf die Fersen setzen, um den Rücken rund zu machen. Ganz bewusst in den Bauch atmen. Und dann hochrollen. Und wir gehen weiter in die Rückenlage. Und in der Rückenlage die Beine ausstrecken. Und die Füße sollten in der Beckenknochenlinie im Point sein. Und dann spannst du die Beine an. Gesäß, powerhouse, die Arme nach oben strecken. Mit der Ausatmung rollst du Wirbel für Wirbel hoch. Bleibst dabei mit dem Oberkörper ein Stück hinten. Gehst einmal links in die Criss-Cross-Bewegung. Einmal rechts in die Criss-Cross-Bewegung. Streckst die Arme wieder nach vorne. Und rollst wieder langsam nach unten ab. Also eine ganz wunderbare Variation der Criss-Cross. Und dein Becken und deine Beine wollen aber stabil bleiben. Wenn du in die Criss-Cross-Bewegung gehst. Denn auch hier geht es uns ja um die Rotation in der Brustwirbelsäule. Und würdest du dich komplett verdrehen, würdest du auch ein Bein so ganz lang in die Länge mitnehmen. Und damit auch deine Hüfte mitbewegen. Und schau, dass du auch hinter den Sitzbeinhöckern bleibst. Also du möchtest dich nicht so ganz nach oben in die Aufrichtung bringen und auf die Sitzbeinhöcker kommen. Also den klassischen Langsitz. Sondern du bleibst hinter den Sitzbeinhöckern. Und dadurch ist dann auch tatsächlich dein Oberkörper so schräg nach hinten ausgerichtet. Oben haltest du dann praktisch die Schultern leicht tief. Also dass du nicht ganz ganz in der Rundung bist, sondern dass du so halb aufgerichtet bist. Und dein Becken möchte ganz stabil bleiben. Ausatmen in die Rotation. Also dein linker Ellbogen möchte dann zum rechten Knie und diagonal wechseln. Wichtig ist auch, dass wenn du aus der Rückenlage hochrollst, dass deine Füße auf der Matte bleiben müssen. Also deine Fersen sollten immer den Boden berühren. Erst dann, wenn du in die Criss-Cross-Bewegung gehst, ziehst du ein Bein an. Arme wieder nach vorne strecken. Ganz langsam abrollen. Nach Gegenhalten über die Bauchmuskulatur. Dann muss ich nämlich länger arbeiten. Denn beim Hochrollen und Tiefrollen haben wir ja die gerade Bauchmuskulatur gut in der Arbeit. Und in der Rotation die Oblix. Ruhige, fließende Bewegungen. Körpermitte immer wieder nachspannen. Und auch unten, also die Beine, die Gesäßmuskulatur, auch immer wieder in der Spannung halten. Ausatmen, hochrollen. Die Hände gehen an die Schläfen. Zweimal die Criss-Cross-Bewegung. Die Arme wieder nach vorne strecken und Wirbel für Wirbel abrollen. Nachspannen, ausatmen, wieder langsam hochkommen. Und eben auch dann, wenn man dann nach Länge in der Übung ist, unten wirklich immer in der Rückenlage das Powerhouse, die Körpermitte nachspannen. Damit du, wenn du hochkommst, nicht anreißen musst oder mit Schwung arbeiten musst. Der Bauch möchte ganz ruhig bleiben bei der Einatmung und immer in der Spannung bleiben. Ausatmen, Criss-Cross-Bewegung. Und wieder langsam abrollen. Nachspannen. Und mit der Ausatmung wieder hoch. Kinn zum Brustkörper, also beim Hochrollen brauchen wir auch wirklich diese runde Wirbelsäule. Sonst würden wir hängen bleiben natürlich unterwegs. Und beim Abrollen genauso. Wir wollen auch wieder nicht nach unten fallen, sondern die Wirbelsäule in der Rundung wieder langsam zur Matte nach unten führen. Und dann entlasten. Die Bewegung machen, die du brauchst. Einmal, zweimal tief in den Bauch atmen. Und dann roll hoch in die sitzende Position. Und wir machen mit den Sidekicks Kneeling weiter, zumindest mit der kreisenden Bewegung. Mach das so, dass du vielleicht deine Matte doppelt und dreifach legst, um mit deinem linken Knie auf die Matte zu gehen. Also auf dieses hochgestapelte Teil. Und streck dann dein rechtes Bein so aus, dass du in der Linie vom linken Knie bist. Stütze deine linke Hand in der Linie des Knies auch ein. Spann deine Mitte an, bring die Schultern in die Beckenlinie und heb dann das rechte Bein an. Der Fuß ist in Point und dann ziehst du so ganz langsam Kreise. Wichtig dabei ist jetzt, dass du nicht mit dem Gewicht so ganz auf deine Hand stützt. Wenn es jetzt so ist, dass du etwas Verlängerung brauchst zur Matte, dann gib irgendwas, einen Block oder ein Buch unter deine Hand. Du kannst deinen Kopf auch stützen, indem du mit deiner oberen Hand um deinen Kopf rundherum greifst, sozusagen. Weil es mit der Zeit dann auch in der Position relativ anstrengend wird für Hals, Nacken. Und wir wollen ja hier den kleinen mittleren Gesäßmuskel und die Bauchmuskule durch die Seite heraus erreichen. Und es ist aber nicht so wichtig, wie weit das Bein nach oben geht, sondern dass du wirklich stabil bleibst und versuchst, so ganz langsam und kleine kontrollierte Kreise zu ziehen. Hauptgewicht ist am Knie, am stützenden Knie und nur so ein bisschen Gewicht noch auf die Hand bringen. Und wir wollen die Pilates Box einhalten. Also dein Becken möchte mit den Schultern in einer Linie sein. Und das Becken schiebt auch nach vorne, das heißt du drängst dich mit dem Beckenknochen nach vorne. Und dann entlasten, Matte wieder ausrollen und die zweite Seite einrollen, um gleich wieder mit dem rechten Knie jetzt einzustützen. Und das linke Bein in die Streckung zu bringen, auch die Hand wieder in der Knielinie. Du schiebst dein Becken nach vorne, so dass Becken und Schultern wieder in die Box kommen. Du kannst den Kopf stützen, wenn du magst. Hebst dein gestrecktes Bein so hoch möglich an, soweit es halt geht. Und ziehst wieder so ganz kleine, kontrollierte Kreise über die Hüfte. Also achte auch gut darauf, dass du nicht nur unten über das Fußgelenk mit der Fußschaufel kreist, wie du das vielleicht auch vom Mobilisieren kennst. Schau auch, dass du nicht über das Knie kreist, indem du das Bein beugst, sondern dass du so wirklich ganz isoliert aus der Hüfte heraus kleine Kreise ziehst. Der Blick ist immer gerade nach vorne. Die obere Hand kann in der Hüfte eingestützt sein oder du greifst oben drüber, um deinen Kopf selber praktisch ein bisschen zu halten. Dreh dich mit der Schulter nicht rein und auch nicht nach hinten weg, sondern versuch wirklich in der Linie zu bleiben. Hauptgewicht ist am stützenden Knie, in dem Fall jetzt am rechten. Und ein bisschen Gewicht muss natürlich auch auf die Hand. Versuch auch, dich so auszurichten, dass du nicht in eine Rotation gehst, sodass die Zehen im Point dann sich zur Decke drehen, dass du praktisch aufdrehst über die Hüfte, wie du es vielleicht von Pilates V kennst, sondern dass deine Zehen gerade nach vorne schauen eigentlich. Und du gehst in keine Öffnung, sondern du versuchst, ganz stabil zu bleiben und immer wieder die Mitte anzuspannen. Denn wir wollen auch auf dieser Seite natürlich den Bauch verwenden, aus der Seite raus und den kleinen mittleren Gesäßmuskel. Und dann entlasten und die Matte wieder ausrollen. Und vielleicht auch ganz kurz nach hinten in den Fersensitz gehen, für einen Moment rund machen und dann langsam hochrollen. Und dann geht es auch schon weiter, und zwar mit einer Stützübung. Kombination aus Leg Pull Down und Downward Dog. Die Handgelenke sind in der Schulterlinie, Knie sind erst noch hüftbreit. Schultern tief setzen, Powerhouse anspannen, ein Bein nach dem anderen in die Streckung bringen. Und die Füße sind hüftbreit. Dann das Becken mal in eine Linie, ein Bein anheben, zweimal mit der Ferse nach hinten wippen und in der dritten Bewegung in Downward Dog. Du kannst dich auch mit den Händen am matten Rand außen festhalten. Die Hüfte nicht aufdrehen bei Downward Dog, das ist sehr verlockend, wollen wir aber nicht. Und du machst zuerst immer Leg Pull Down, also zwei wippende Bewegungen gerade nach hinten, wo deine Ferse Richtung Boden zieht, ohne dass dein Becken nach oben geht. Und der Fuß, der in der Luft ist, ist in Point am besten. Und in der Downward Dog Bewegung versuchst du mit dem gestreckten Bein, mit dem Fuß in Point, so weit es geht nach oben zur Decke zu ziehen. Und der Fuß, der noch auf der Matte ist, da möchte die Ferse zum Boden. Immer zuerst wieder in die Brettstellung zurückkommen, so dass du mit den Schultern, mit dem Becken und mit den Füßen in einer Linie bist. Und erst dann gehst du wieder mit tiefgezogenen Schultern in die Leg Pull Down Bewegung. Schieb es zweimal nach hinten und die dritte Bewegung ist die Downward Dog Bewegung. Zwischenruhrer für die Handgelenke eine Gegenbewegung machen. Wenn es notwendig ist, auch die Schultern lockern, die Arme ausschütteln. Und wenn es geht, auch noch einmal in die Übung. Ruhig wieder, also ich muss mich immer seitlich festhalten. Und du kannst dich natürlich auch mit den Handgelenken in der Schulterlinie eingestützt halten oder den matten Rand. Zweimal Leg Pull Down, zweimal wippend nach hinten. Und die dritte Bewegung zieht mit dem Fuß in Point nach oben zur Decke. Schultern gut tief halten. Atmung bleibt im Brustkorb und geht nach hinten. Versuch wirklich kompakt zu bleiben in der Mitte. Durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen. Keine ruckartigen Bewegungen, sondern ganz kontrolliert ziehen. Denn die Beinrückseite und auch über die Wadenmuskulatur, über die Achillessehne kommt man schon richtig gut in die Dehnung. Die verzeiht auch nicht so gern so reißende Bewegungen. Beide Beine wollen immer in der Streckung bleiben. Und dann entlasten. Und wieder Gegenbewegungen machen für die Handgelenke. Ganz bewusst in den Bauch atmen. Ruhig auch kurz in eine Vorbeuge gehen. Und dann roll hoch. Und dann geht es nur noch hier in die Seitenlage. Und hier wollen wir noch einmal die Gesäßmuskulatur erreichen und in der Seitenlage ganz gerade ausrichten. Im Ellbogenstütz. Und dann holst du beide Beine nach vorne. Es müssen aber nicht genau die 90 Grad Winkel sein, sondern das untere Knie darf ruhig ein bisschen tiefer sein. Du hebst das obere Bein an und gehst immer mit der Ausatmung in eine Streckung, so dass dein Fuß ungefähr in der Beckenlinie ist. Ziehst dein Knie wieder zum Brustkorb und schiebst mit der Ferse vom Körper weg. Dein Powerhouse ist natürlich aktiv. Und schau nur, dass du dich mit dem Oberkörper jetzt nicht nach hinten lehnst, sondern dass du ungefähr mit der Schulter in der Linie bleibst. Also du kannst ruhig deine Hand vorne einstützen. Einatmen, Knie Richtung Brustkorb ziehen. Und mit der Ausatmung schiebst du mit der Ferse vom Körper weg. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, inwieweit deine Beinrückseite, die Hamstrings damit einverstanden sind, wo dann dein Fuß ist mit dem Bein in der Streckung. Und danach richtest du natürlich aus, dass du wirklich ganz in die Streckung gehen kannst. Und du spürst es bestimmt bei dem Spielbein, beim bewegenden Bein, dass es hier wirklich um die Gesäßmuskulatur geht. Schau nur, dass du nicht mit der Ferse zum Gesäß nach hinten gehst, sodass dein Knie dann nach vorne schaut, sondern dein Knie möchte wirklich zum Brustkorb. Und dass du dann noch wirklich wieder in die Streckung rausschiebst. Die Ferse vom Körper weg. Und dann wechsel auch gleich die Seite, damit wir auch noch auf der anderen Seite die Gesäßmuskulatur erreichen. Richte dich wieder ganz gerade aus. Hol dann deine Beine nach vorne. Wie gesagt, muss nicht ganz der 90 Grad Winkel sein. Du kannst dich dann nämlich ein bisschen besser auf dein unteres Knie stützen. Spann deine Mitte an und dann möchtest du wieder mit dem Fuß ungefähr, sofern es deine Dehnung zulässt, in der Beckenlinie sein. Wenn du dann in der Streckung bist, auf jeden Fall möchtest du mit dem Knie Richtung Brustkorb ziehen, um dann wieder mit der Ferse vom Körper wegzuschieben. Und du möchtest nicht mit der Ferse zum Gesäß, sodass dein Knie vorne nach unten geht oder vom Körper weg zeigt, sondern dein Knie ist immer zum Brustkorb gezogen und dann gehst du über dein Knie in die Beinstreckung. Der Blick ist gerade nach vorne ausgerichtet und Du spannst immer wieder deine Mitte an. Einatmen, Knie Richtung Brustkorb. Ausatmen, rausschieben. Bauch bleibt in der Spannung. Schau, dass du dich mit dem Oberkörper nicht beginnst, dich hinten zu lehnen, denn da gleicht man ganz gern das Gewicht vom Bein vorne aus, wenn es dann in der Streckung ist, weil das ist ja auch ordentlich Gewicht, das man halten muss. Also schau, dass du mit den Schultern ungefähr in einer Linie bleibst und auch in der Beckenlinie. Und dann streck dich in der Rückenlage aus, lass alles locker und atme in den Bauch.